wir haben noch einiges anderes zu sehen hier würde sagen das machen wir gleich erst mal halten wir uns wieder mit irgendwelchen dünnes auf und suchen erstmal die collectibles wo immer sie sich verstecken das gefühl dass wir schon längst welche übersehen haben aber egal wir nehmen so viele mit wie wir kriegen können und gucken dann später mal wie viele wir denn haben und wie viele wir nicht haben okay geht es gar nicht weiter oder holt aber ganz schön steil so ich denke mal auf dauer müssen wir da oben die beiden schlüssel reinbekommen okay da kommen hätte man auch nicht sagen können ach so wir sehen also diese vier hier okay komm ich mit klar in der mitte schon mal einen schlüssel so res geht aber in garis spüre mein neid aber ich schaue ihn ab auf deine fette wand und sage ha 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 da ist noch so ein ding hier kann ich nur runter gucken wo wir schon waren das ist ganz großes kino hier hinten ist nischt ja vielleicht ist hier was meh auch nix dann gehen wir mal zu diesem tun schlüssel schlüssel mädchen heißt sie braucht hier einen schlüssel das schwein gar nicht gesehen aber danke schwein so ich komme aber da war schwein ich brauchte ich hier was ist da auf der anderen seite noch nein das ist eine geteimte tür okay warum ist hier ein loch kann ich und will ich hier runter wo würde ich landen wenn ich hier nicht runter wollen würde aber ich glaube hier will ich nicht runter so schwein du kannst aber einfach bleiben was ist denn hier auch nichts naja naja danke okay erst mal schreie ich das feuer an schon mal wichtig okay wir nehmen diese global kugel hier aha okay achso achso verstehe er ist wieder rauf oh da juckt der bart es juckt die nase es kratzt der bart gar nicht hin du vollidiot machen wir nochmal machen wir nochmal sehr gut eins setzen da wird einfach nicht geköpft ich fahrsit nicht so marke die du open irgendwas unter uns da unten ist das gebiet mit dem kopf da wollen wir gar nicht hin da werden wir ja nur verarscht da was ist denn hier los fox da oben bist du ja und ich komme warte auf mich ich auch nichts versteckt ich habe hier oben noch eine zweite kugel zur verfügung dann legen wir die doch mal einfach okay sobald ich das machen komme ich nicht mehr hoch jedenfalls nicht mit kugel heißt die muss da so aber so komme ich mit kugel nicht rüber was macht diese so jetzt kann ich von hier oben eine kugel geahnt okay du musst da weg du musst dahin man werft die kugel einfach rüber ich krieg ja keine andere mann okay das heißt du musst da liegen kann ich die ablegen was muss passieren ich muss mit einer kugel von dort oben nach da hinlaufen das heißt der müsste liegen damit das zu ist dann kriege ich aber keine kugel von da oben ne okay das geht nicht einfach rüber laufen eine kugel rüber werfen würde funktionieren dazu muss ich diese hier nur einfach da hinlegen weil jetzt krieg ich ja einer von da oben neuer okay lasst mich raten die da unten verschwindet dann ja jetzt geahnt das ist kackspiel soll ich jetzt nämlich runter werfen geht nicht okay gut ich muss also die brücke haben und eine kugel dort oben ja die gerne hier drauf gelegt so nun du hoch ich brauche noch eine zweite kugel ich bin etwas verwirrt ja eine kugel wurde mir zerstört das bringt mir jetzt gerade total wenig ich hätte sie schon mal rüberlegen können ich habe jetzt die kugel von unten in der hand die kugel von unten lege ich jetzt hier drauf so nicht weil die anlass die kugel von unten der dass sie das hochfahren sobald oben ist kann ich keine doch jetzt keine kugel generieren so jetzt nehme ich mir diese kugel und bringe die schon mal rüber auf die andere seite lege sie da aber nur hin deswegen ist auch dieser scheiß ring da damit die da liegen bleiben kann da so So, nun nehme ich diese Kugel, lege sie da hin. Sherlock Headless ist am Werk. Das ist schon knifflig. Also für sechs Jahre ist das schon, würde ich sagen, herausfordernd. Okay, hier habe ich das. Nun muss ich die hinnehmen und da hinlegen. Ah, es solft. So nice, so nice. Aber lass mich raten, ich bin zu früh. Ah, ne, ich habe einen Schlüssel bekommen. Ah, ich muss also diese beiden Rätsel lösen. Okay. Ja, ne, ist klar. So, dann jetzt runterfallen lassen. Achso, ich kann hier runter, das ist kürzer. Ja, nice. Ja, nice. Ja, schweinig ist ja gut. Babe, sei ruhig, sonst willst du schinken. War ich da unten denn schon? Ah ja, da unten ist es mit dem Bild. Ah, hier unten war ich sogar schon. Okay, Schlüsselnummer Unos. Könnten wir ihn schon mal einsetzen. Was halten wir denn davon? Wunderschön. Dann gehen wir jetzt zu dem Rätsel, wo der Hund uns alle erstes Mal auch schon hinschicken wollte. Guck, dass es genauso knifflig ist. Wahrscheinlich ist das jetzt einfacher. Feuer anschreien. Unser altbekanntes Hobby. Ah, toll, hier ist die Kamera fix. Ich kann mich nicht umschauen. Oh, oh, ja, nee. Hundi? Wo bist du denn? Oh, da hinten. Fox, ich komme. Cyclone, ich rette dich. Nee, das war nicht der Plan. Oh, cool. Das ist wohl der junge Nathan Drake, wa? So, Möven, Möven, Möven. So, es geht los, es geht los. Wir haben wieder ein Rätsel vor uns. Neues Spaß, neues Glück. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Und dieses Mal rückwärts. Wie gesagt, erstmal umschauen. Hier müssen wir irgendwas hinzerren. Wir haben eins, zwei, drei Viecher. Das aktiviert den. Mach den nach oben. Er wabbelt schon mit dem Kopf, das heißt, der braucht nicht... Oh Gott. Okay, was machst du? Oh Gott. Der lauft ja wieder auf, ja. Boah, es gehen die dann so richtig schnell wieder auf. Okay. Ähm... Ähm... Hoch da! So, dann sind wir schon mal hier. Hier geht es nur zurück. Da geht es auch nur runter, aber ich kann halt relativ leicht die vier triggern. Aber das kann es noch nicht gewesen sein, ich muss da irgendwie auf die andere Seite rüber. Wir können es ja mal testen, aber wo kann ich denn ihn hier triggern? So, ich muss von hier... Bist du ziemlich hier. Achso, ich muss Sichtlinien auf beide haben. So schnell kann man nicht sein, alles klar. Foxy, ich komme ja. Ach, Cyclin, alles gut. Und Heppa, ich bin ja da, hallo. Okay. Okay. Achso. Verstehe. Weil ich so ganz noch nicht verstanden habe. Das erweitert meine Schallwelle aber nicht bis zu dem da rauf. Achso. Achso. Man kann es ja auch ziehen. Du, 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 du. Huush. Ah jetzt brauche ich den nämlich da draußen. Äh! Haah! ok man kann nach unten man kann oben lang ich würde wobei unten war ich doch schon naja und war ich noch nicht ist hier unten irgendwas schönes ok enttäuschend dann klettern wir noch also es käme ich da dran ist es ein squid style hier erst umschauen dann schreien wer weiß was passiert wenn wir geschrien haben ok das reicht nicht ich vermute mal er muss wo musst du hin mein freund das bringt so mal gar nichts habe ich gerade das nest zertreten ich habe ein nest zertreten das wollte ich nicht das hier auch voll gemein es gibt doch wohl keine achievements oder also reicht die ha 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 assassin's creed die zweite irgendwann sind die möwen bestimmt voll sauer auf mich und kacken mich zu schon ein bisschen gefährlich hier ich bin gerade mal kurz neugierig warum kann ich da links lang klettern aber hier kann ich doch nicht was wir ein nest da hier schon mindestens eins aus versehen zeltrampelt habe kann ich jetzt auch alles in trampeln wie ich finde so nachher ist das achievement zertrete mit maximal ein nest was ich jetzt hiermit offiziell verkackt habe ok gefährlich und sinnlos wauw 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 Martin ich bin jetzt nicht d темпер wauw 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 ja wauw ich bin ein bisschen irritierter ach so naja klar ich kann ja hier eine lücke hoch das kann der kleine mann ja hier oben ist ganz schön windig so mein freund tiefluft holen leute schön bei uns die brücke wieder auf toll jetzt noch mal machen es geht sogar echte das ist voll heiß das war knapp ja ich bin ja gleich da heißt es, ich soll hier runter heißt es sogar so, dann haben wir den zweiten Schlüssel auch da unten sofort für uns erreichbar und dann können wir diese komische Statue da oben aktivieren ich glaube ich werde hier mal runtertauchen das ist sehr lustige die la dann das ist die wie